Hallo zusammen bei 360 Grad. Heute schauen wir uns mal ein bisschen auf dem Gelände der Buga in Heilbronn um. Fast drei Jahre bevor es losgeht, hat man zum ersten Mal Blütenvorboten sozusagen bei diesen Zierkirschen. Insgesamt sind schon 100 Bäume gepflanzt, auch die Waldkiefer, die man hier sieht. Also zum ersten Mal etwas Blühendes auf dem Buga Gelände und wir befinden uns auf dem sogenannten Lärmschutzwall, der sich hier zum Seepark hinunter erstreckt. Und was schon alles passiert ist, das wollen wir jetzt mal hier anschauen in Sachen Buga. Wie gesagt, in drei Jahren geht's los, während in Oeringen natürlich schon der Endspurt läuft. Auch darüber berichten wir die große Pressekonferenz und kurz vor dem Startschuss der Landesgartenschau in Hohenlohe. Also da wird kräftig gebaut. Und apropos Bau, das ist natürlich auch ein Thema bei den Koalitionsverhandlungen in Stuttgart. Wie geht's weiter mit dem Straßenbau? Vor allen Dingen in Sachen A6 gibt's nach wie vor unterschiedliche Ansichten. Verkehrsminister Herrmann sagt, nachdem in Berlin dieser Weiterbau in Hohenlohe der A6 nicht in den vordringlichen Bedarf kam, könnte sich das 15 Jahre hinziehen. Während der CDU-Bundestagsabgeordnete von Stetten sagt, das sei nur ein Fehler. In dem Papier, man könne trotzdem privat hier dann die Bauten umsetzen. Was aber stimmt wirklich? Wir haken deswegen in Berlin nach, denn der Wahlkampf ist längst vorbei und die Bürger hier in der Region, die wollen wissen, was tatsächlich Sache ist. Ganz genau wissen wollen die Bürger natürlich auch, wie dieses Buga-Gelände einmal aussehen wird. Wir haben schon ein paar Computeranimationen, die wir jetzt gerne mal zeigen können. Denn hier entsteht der sogenannte Freizeitsee. Auf einer Fläche von zwei Hektar wird hier Wasser geflutet. Das passiert dann im Jahr 2017 und mit dieser Flutung, mit diesem Neckarwasser, mit diesem gereinigten Neckarwasser entsteht also ein Freizeitsee. Der wird 2,20 Meter tief sein und soll natürlich dem gesamten Gelände noch zusätzlichen Charme geben. Und da kann man jetzt schon die ersten Dinge erkennen, die sich dann hier direkt auf dieser Buga-Fläche ergeben werden. Also da darf man gespannt sein und mit Spannung werden auch die Wahlergebnisse immer noch aufgearbeitet. Das merkt man auch im Interview mit unserer Zeitung, dass der CDU-Vorsitzende im Kreis, Lasota, den Spitzenkandidaten Guido Rolf noch mal hart attackiert hat. Und ziemlich viel Kritik gibt es auch an Nils Schmidt, den SPD-Landeschef auch aus der Region von Hans-Herribet Plättgen beispielsweise. Zurückgehalten lange Zeit und auch nicht ganz so klar hat sich Heilbrons OB Harry Merkel ausgedrückt, der eben als ein wichtiger Protagonist in der SPD und als Rathauschef der drittgrößten Stadt in Württemberg natürlich eine gewichtige Stimme hat. Aber er wollte sich da nicht so deutlich äußern. Erst einmal die Resultate aufarbeiten und über die Inhalte und Ursachen sprechen, bevor er Personaldiskussionen ansättelt. Aber klar ist natürlich auch, einer wie er muss dann irgendwann auch Klartext sprechen. Gerade was die Wahlresultate angeht, ist es mit der Harmoniesauce nicht getan. Harmonisch in das Buga-Gelände eingefügt wird hier dieser sogenannte Neckar-Uferpark. Und der entsteht direkt am Ende des Geländes. Die Straße hier oben, die wird ja zurückgebaut. Und dann kann man direkt vom Buga-Gelände hier über diese den terrassierten Zugang bis an den Neckar herunterkommen. Das heißt, der Neckar wird zum ersten Mal richtig wahrgenommen. Den hat man ja noch gar nicht so gesehen, zumindest nicht an diesem Fleck. Und da werden auch die Platanen erhalten bleiben und neue noch zusätzlich hier angepflanzt. Also da entsteht eine ganz besondere Atmosphäre direkt hier an diesem Neckarkanal. Also da ist ziemlich viel Harmonie zu spüren. Weniger harmonisch geht's zu, wenn Unternehmen, die eigentlich einen hervorragenden Ruf haben, ganz plötzlich ihre Geschäfte aufgeben müssen. Und da zeigt sich wieder einmal, dass der Generationenübergang eben nicht überall optimal klappt. Wir haben das jetzt exemplarisch erlebt bei der Firma Bettenbrauen. Die ist landesweit bekannt als exzellentes Unternehmen mit tollen Fachkräften und super Service. Trotzdem muss man schließen. Und da wollte der Firmeninhaber lange die Veröffentlichung zurückhalten und verhindern. Wir aber haben es publik gemacht. Das passt ihm zwar nicht. Aber klar ist auch, man muss über solche Gründe reden. Und es ist nicht immer nur damit getan, dass man den Namen des Firmengründers hat. Man muss auch seine Klasse aufweisen. Zur Philosophie der Buga gehört auch, dass man so etwas Historisches integrieren möchte. Denn völlig überraschend wurde hier diese Hafenmauer, diese Mauer des Hafenbeckens freigelegt, Ende des letzten Jahres schon. Und hatte nicht damit gerechnet, dass es so etwas Historisches hier gibt. Aus dem Jahr 1855 können wir also heute exklusiv hier in unserem 360 Grad Video zeigen. Und das wird auch noch weiter freigelegt. Denn hier gab es ja riesige Hafenbecken in früheren Jahrhunderten. Und so kann man auch diesen Teil der Geschichte integrieren in die Buga. Wie genau, da macht man sich derzeit noch Gedanken. Aber es ist ja schön, dass so etwas Historisches dann in Heilbronn auch einmal erhalten bleibt. Hat man ja auch schon ganz anders erlebt. Also optische Vorboten der Gartenschau in der Region insgesamt. Da kann man sich drauf freuen. Das war's für diese Woche. Bis zum nächsten Mal.